Florian Bock, First Fight Team Neubrandenburg, 81 Kilo. Wir kämpfen 3x2 Minuten. Florian kommt als erstes in den Ring. Rote Ecke, Florian Bock. Aus dem First Fight Team Neubrandenburg. 81 Kilo wird gekämpft, 3x2 Runden. Mein Kollege ist ein bisschen später zugekommen, deswegen hat er das immer wiederholt. Joel Kiesa kommt in den Ring. Grizzly Jim Schönebeck. Den Ring. Stamm! Der Ring. Knopf! Kannst du nicht sehen? Den Ring bung! Drehergeleckn. Frank Lange. Dann Ansprache. Die Berg. Der Rhyd. Entsteck. Davon, der Rhyd. Direkt starten. Schleif. Schleif. Gitarren. Ich bin 90 Jahre jung und ich bin 80,3 kg. Und wir starten mit der ersten Runde. Der Start mit ein paar harten Händen hier von Joel, geht ein bisschen tief runter mit dem Kopf, gefährlich, wenn er einen Kick kommt, kriegt er ihn direkt vorm Kopf. Musst du aufpassen, das ist kein Boxen, das ist Kickboxen. Jetzt schlägt Florian zurück, aber ich muss nicht lange atmen auf die Antwort von Joel. Kommt Boxen los, und Kick abschießen. Jawohl, genau, halb den Boxen los, und noch mal. Stören und stören, wenn er oben kommt, Störung kämpft. Komm, schiebt rein, er hat doch keinen Bock drauf. Immer Low Kick rein. Ausgehen, Low Kick so, er hat keinen Bock drauf. Eieieiei. Low Kick gut ausgekontert, gleich mit der rechten zum Kopf. Der Joel Kulesa schlägt den Haken. Haken, harte Hände, schwere Hände, habe ich gleich gesehen. Jetzt hat es mal voll im Ziel getroffen, im richtigen Moment. Und da ging ja gleich ein bisschen, musste angezählt werden, der liebe Florian. Bock. Er ist ein starker Typ, harter Kerl, hat das weggesteckt. Den Niederschlag, der kurz angezählt worden hat, es weggesteckt. Er kommt mit harten Kombinationen zurück. Also harten Kick zum Body hat er gebracht, zum Körper. Ein paar schwere Hände auch noch hinterher. Also Florian lässt sich hier auf jeden Fall nicht die Sahne von der Torte nehmen. Joel bleibt gefährlich mit seinen harten Schwingern zum Kopf. Wird auf jeden Fall noch jetzt interessant, die nächsten zwei Runden, wie die Sache ausgeht. Beide stark, gute Nehmerqualitäten. Auf jeden Fall gute Schläge. Können auch hart austeilen, beide. Harte Kicks, schwere Kicks. Also harte Kicks, schwere Hände. Auf geht's in die zweite Runde. Florian etwas größer hier, muss wieder ein bisschen mehr mit der Distanz arbeiten. Joel muss sich reinarbeiten in den Mann. Jawohl. 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 Und Kick hinterher. Ja. Und weiter. Außer Tafel. Auf der Ecke. Du hast ihn doch in der Hände. Bleib dran. Genau und Kick. Jawohl. Und unten. Jetzt hast du ihn. Weiter. Weiter. Ja, weiter. Los. Mach mal. 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 Das machen die beiden Jungs gut. Die schenken sich gar nichts. Hier geht's im Wechsel. Mit harten Händen zum Kopf, zum Körper. Joel arbeitet sich sehr gut rein. Findet immer wieder seine Distanz und feuert seine Schläge ab. Geht ihm die Linke. Die Linke. Die Linke. Die Linke. Decker. Und mit der Hinke. Jawohl. Gut. Aktion von Florian Knü zum Körper. Jawohl. Joel bringt immer schwere Hände. Kicken tut er nicht so viel. Dafür klickt Florian. Ab und zu öfter. Kickt auch hart der Florian. Da wird wieder gesprungen. Du sagst es. Soll helfen gegen die Schmerzen nach einem Tiefschlag. Und jetzt die Linke nicht vergessen. Ein guter Schwinger von Joel. Landet bei Florian am Kopf. Doch der lässt sich gar nicht so viel anmerken. Wieder ein rechter Schwinger. Der dritte Schwinger zum Kopf von Florian. Und da war der Leberkick. Dein angesprochener Kick zum Körper. Die tun weh. Joel muss hier angezählt werden. Wir gucken, ob er noch mal zurückfindet in diesem Kampf. Der Florian ist ein Rechtsausleger, tritt mit dem hinteren Bein. Das hintere Bein trifft er durch die Leber. Wenn er zum Mittelkick tritt. Also als Mittelkick tritt. Da ist die Gefahr, die Leber zu treffen. Deswegen, beim Rechtsausleger muss man immer auf den Mittelkick achten. Der das Bein landet auf der Leber. Beim Gegner. Wenn du als Linksausleger bist, dann ist die Gefahr nicht dein Gegner. Wenn der Linksausleger ist, dann tritt er mit dem rechten Bein. Dann trifft er mit dem hinteren Trittbein nicht die Leber. Habt ihr da verstanden? Wahrscheinlich nicht. Das hast du gut erklärt. Ich denke doch. Jeder, der so ein bisschen mit Kampfspot zu tun hat, weiß, was du meinst. Vom Timing her natürlich hier überragend jetzt für Joel, dass er direkt in die Pause gehen kann. Und natürlich länger hier regenerieren kann, sich erholen kann von diesem harten Kick zum Körper. Die dritte Runde wird spannend. Ich würde sagen, jetzt geht es um die Wurst, oder? Ich würde auch sagen. Ich würde sagen, 1-1 für ihn mittlerweile. Dritte Runde, letzte Runde. Hier kommt wieder die Ausdauer zum Tragen. Und beide Jungs starten hier gleich rein. Mit ein paar Händen und ein paar Kicks im Anschluss. Florian hat auf jeden Fall gesehen. Der Treffer hat Wirkung gemacht und versucht hier sein hinteres Bein wieder als Mittelkick ins Ziel zu bringen. Aber Joel mit dem rechten Haken schwingt zum Kopf und trifft. Wirkung! 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 Deutliche Rötung zu sehen bei Joel von den harten Treffern zum Körper. Aber er deckt gut. Er ist natürlich da jetzt auch aufmerksam. Er will da keine Treffer mehr durchlassen. Vernachlässigt dadurch ein bisschen die Deckung zum Kopf und ist dadurch offen. Wirkung! Florian trifft hier mit einem linken Haken. Florian kommt noch mal richtig raus. Der legt noch mal richtig los, der Junge. Der hat Puste. Und die packt er jetzt aus. Das war eine dritte Runde. Das war eine dritte Runde. Wahnsinn! Auf der Tante! Knie! Kommt vor! Kommt vor! Beide haben Kämpfer. Zweite Marschieren vorder. Meider schlagen mit voller Kraft. Mit der Kraft, die sie noch haben. Obwohl die Puste schon langsamer danach lässt. Jetzt ist das Tempo ein bisschen rausgegangen. Jetzt ist das Tempo raus. Die letzten 25 Sekunden auf der Uhr. Jetzt müssen die Jungs nochmal beißen. Jetzt heißt es mentale Stärke. Aber auch wer hat sein Ausdauertraining absolviert? Die letzten 10 Sekunden im Vorwärtskampf. Vorwärts hält gut gegen. Was für ein Kampf. Echt toll. Schöne Runde. Die Kämpfer liegen sich in den Armen, zollen sich Respekt gegenseitig. Das hat nichts mit Feindschaft oder irgendwas zu tun. Fähre Sportmänner. Gute Jungs. Respektvoll und glücklich. Toller Kampf gewesen, muss man sagen. Sehr schöner Kampf gewesen. Super Kampf gewesen. Auch so abwechslungsreich. Joel in der ersten Runde. Sehr viel Druck nach vorne gegeben. Florian hat da noch nicht so richtig die Anfahrt drauf gefunden. Aber umso länger. Umso besser konnte er gegenhalten. Schläge vermeiden. Und auch seine Stärken ausspielen. Hart aber fair. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. Was hier wahrscheinlich auch alles andere als leicht sein wird. Einmal blaue Ecke, einmal unentzogen. Und zweitmal auf blaue Ecke. Joel kann das Ding für sich entscheiden. Schöner Kampf, gute Sportler, starke Athleten hier. Das Foto ist mittlerweile obligatorisch geworden, da darf natürlich nicht drauf verzichtet werden. Vielen Dank.